Achso, und dieser Mann, nur damit wir nicht darüber hinweggehen, was hat er gesagt? Schauen Sie sich das mal an. Da sagt er, vielleicht lag der Systemfehler der Planwirtschaft daran, dass nicht genügend Daten verarbeitet werden konnten. Ja, Mensch, das ist ja toll, weil wir leben doch heute in der Zeit von Big Data. Wollen wir es noch mal probieren? Ja, machen Sie. Ja klar, Sie machen das. Genau. So, das kann der ungestraft sagen. Ich habe das Handelsblatt im Abo, ich habe das Interview gesehen. Glauben Sie mal, ja nicht, dass da mal einer kritisch nachhakt. Nein, das können Sie ungestraft sagen. Aber was Sie nicht ungestraft sagen können, denken Sie an den Spruch. Wenn du erkennen willst, wer dich beherrscht. Musst du erfahren, wen du nicht kritisieren darfst. Wollen wir mal machen. Verfolgen Sie da mal einen Weg. So, auch das, darüber gehe ich jetzt mal schnell hinweg. Zum Bargeld, weil ich da heute schon mal was gesagt habe. Auch das, ich will heute Ihnen nur das mal zeigen, Wolfgang Schäuble, wie er damals in New York Times gesagt hat, ja, wir können eine politische Union nur durch eine Krise erreichen. Ja, super. Dann also auf in die Krise. So, auch das will ich Ihnen zeigen. Sie finden immer die Nachweise. Das hat sogar Rudolf Augstein damals gebracht. Deutschland wird zahlen, sagte man in den 20er Jahren. Heute zahlt es Maastricht, das ist der Versailler Vertrag ohne Krieg. Da stand in Le Figaro und zwar in der Zeit 1992, als die Franzosen ein Volksreferendum machten zum Euro. Was Sie ja knapp für den Euro auskriegen. Da hat man solche Sprüche gemacht. Und ich muss Ihnen sagen, recht hatten Sie. Recht hatten Sie. Ja, Maastricht, das ist wie Versailles. Nein, nur ohne Krieg? Und hier sehen Sie mal die Gesamtschuldenfangreis und die Gesamtschulden Deutschlands. Gesamtschulden, also Schulden, Staates, Unternehmen, der privaten Haushalte in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die Sie als Volkswirtschaft in einem Jahr erwirtschaften. Und da sind die Franzosen wo? Die sind bei 300 Prozent, also beim Dreifachen ihrer Wirtschaftskraft. Und wo sind wir Deutschen? Bei unter 170 Prozent. Und dann wissen Sie auch, warum der Macron sich mit solcher Leidenschaft für eine Vertiefung der Europäischen Währungsunion einsetzt. Für einen europäischen Finanzminister, für einen europäischen Haushalt, für eine europäische Arbeitslosenversicherung, für eine europäische Bankeneinlage. Also alles super. Ja klar, sicher, der Deutsche zahlt es. Das kann aber, und das macht mich besorgt, das kann aber natürlich dann fatale Folgen haben für Europa. Wenn es zu einer Krise kommt, können dann die alten Gräben wieder aufbrechen. Das ist das Schlimme. Und dann werden ganz dunkle Zeiten in Europa anbrechen. Das will ich nicht. Und ich hoffe auch Sie nicht. Und hier sehen Sie nun mal die Industrieproduktion. Unten in Rot, das ist Spanien und in Grün ist Italien. Sie sehen aber auch schon, wo die Deutschen liegen. Sie sehen schon, wo die Deutschen liegen. Wir gehen runter in den letzten Monaten. Es ist im Blau. Und hier zeige ich Ihnen meinen Lieblingsfrühnikator. Den habe ich auch, als der Lawrence Meyer damals Bildschirmspieler Sprecher war, habe ich ihn im April 2008 besucht. In Berlin. Und habe ihm diesen Chart gezeigt. Habe gesagt, Lawrence, das sieht nicht gut aus. Wir werden im zweiten Halbjahr weltwirtschaftlich in sehr raues Fahrwasser kommen. Sie wissen ja auch, ich habe im August 2007 diese Mail da geschrieben. Und habe gesagt, in den nächsten ein, zwei Jahren kriegen wir eine große Krise. Ich sage Ihnen heute voraus, dass wir in den nächsten Jahren vor einer schwersten Krise stehen werden. Aber haben Sie keine Angst. Haben Sie keine Angst und hassen Sie mich. Sie sehen hier die Geschäftserwartung der chemischen Industrie. Ich zeige da mal eben hier drauf. Als ich damals dem Meyer das zeigte, da waren wir also hier. Hier. Das war diese Phase hier. Ja? So. Und da haben wir, hat er mir damals geantwortet, also der Matthias Sissmann hat mir vorgestern noch gesagt, Aufsatzpolster der deutschen Automobilwirtschaft sind so dick, kein Grund zu besorgen ist. Daraufhin habe ich dann nur gesagt, seit wann taugen Verbandspräsidenten als Frühnikator? Ich muss jetzt aufpassen, was ich heute sage. Aber ich würde auch Bankvorstände nur eingeschränkt als Frühnikator ansehen wollen. Das sind Generalisten, die können das alles gar nicht sehen. Und solche Sprecher von so großen Organisationen können nicht sichererische Fähigkeiten haben. Der beste Frühnikator sind die Geschäftserwartungen der chemischen Industrie, die Sie hier sehen. Das Blaue hier. Das sind die Geschäftserwartungen der chemischen Industrie. Und warum? Die chemische Industrie, die hat einen Vorläufercharakter, weil die Grundstoffe herstellen. Und diese Grundstoffe brauchen wir im Produktionsprozess am Anfang. Das heißt, die kriegen sowohl die Wände nach oben als auch den Abschwung als erste mit. Und deshalb warne ich seit langem schon. Und das R-Wort wird ja in den letzten Wochen so langsam salonfähig in Deutschland. Das sieht nicht gut aus. Und hier sehen Sie den Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie. Werte unter 50, diese rote Linie hier, markiert die Expansionsschwelle. Und Werte unter 45 bedeuten Rezession. Beim letzten Mal, als wir diesen Abschwung hatten, 2012 hier, die Geschäftserwartungen miserabel waren, die auf das Eingehen der deutschen Industrie runtergingen, da hat der Mario Draghi in dieser Zeit die Leitzinsen gesenkt. Und dann hat er hier angefangen, Wertpapiere zu kaufen. Das macht die EZB ja jetzt wieder. In dieser Phase hier 2012 im Juli, da hat er seine Rede gehalten. Viele von Ihnen kennen die. Whatever it takes. Alles tun, was man das kostet. Für den Euro machen wir alles. Er lebe hoch. Und jetzt sind wir in einer Situation. Stellen Sie sich mal vor, es würde eine große Weltwirtschaftskrise ausbrechen. Und der Euro würde zerbrechen. Aus welchen Gründen auch immer. Es gab ja mal Angriffe von Hedgefunds auf den Euro, als Beispiel. Und wenn die wollen, dann ist der Euro-Morgen-Geschichte. Wenn gewisse Kreise außerhalb Europas wollen, dass der Euro-Geschichte ist, dann ist der Euro binnen weniger Tage Geschichte. Mit schwerwiegendsten Folgen. Und ich habe appelliert, als ich mit Professor Patzelt und dem Herrn Mitsch von der Werteunion beim Hilton-Talk in München war, ich habe an alle appelliert. Aber da waren ja auch Großkopfhörte im Zuschauerraum. Glauben Sie mal ja nicht, dass die Leute bereit sind, sich diesem Erkenntnisgewinn zuzuwenden. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Das kann ja sein. Aber ich habe gesagt, schaut euch mal die Verwundbarkeit Deutschlands an. Und die zeige ich Ihnen. Das sind Zahlen der Weltbank. Das ist der Anteil unserer Güter und Dienstleistungen, die wir exportieren, in Prozent unserer Wirtschaftskraft. Versteht diesen Chart jeder? Soll ich den weiter erklären? Ja, sehen Sie, dass unser Land so verwundbar ist wie noch nie zuvor. Wir sind die offenste Volkswirtschaft unter den sieben großen Industriestaaten. Die offenste Volkswirtschaft, meine Damen und Herren. Damit sind wir maximal verwundbar für eine schwere Krise. Und ich habe gesagt, wenn wir nicht schleunigst alles daran setzen, das muss natürlich zunächst in geheimen Sachen stattfinden und nicht in der Öffentlichkeit unserer Regierung, aber ich will heute warnen, auch pro Politiker warnen, wenn wir nicht rechtzeitig die Rückabwicklung des Euros auf den Weg bringen, dann werden wir in Europa schrecklichste Zeiten durchleben. Ich bin kein Prophet, deshalb will ich Ihnen auch nicht sagen, in welchem Jahr das sein wird. Aber ich sage Ihnen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren wir nicht in einer fairen Zukunft in zehn oder zwanzig Jahren, sondern dass wir in den kommenden zwei bis drei Jahren vor einer schwersten Herausforderung stehen. Und je früher wir uns dran begeben, und da müssen wir Deutschen auch bereit sein, in die Tasche zu greifen, eine faire Rückabwicklung des Euros auf den Weg zu bringen, je früher wir das machen, desto geringer sind meine Sorgen um unsere Zukunft. Wenn wir es nicht tun, dann wird es nicht angenehm. Und darüber muss man heute auch sprechen dürfen, dabei muss man sich heute Gedanken machen, weil ich glaube, dass unsere politische Führung in Berlin in keiner Weise in der Lage ist, Strategien zu entwickeln für die Zukunft. Keine nachhaltigen Strategien. Meine Bilanz, die ich im Kapitel 12 ziehe, der Politik Merkels, ich habe ja vor zwei Jahren bei meinem Kontrollverlust schon immer gesagt, also Frau Merkel, nicht, dass er zählte reicht, sondern dass er reichte zählt. Denken Sie nur mal daran, wie sie im Bundestagswahlkampf immer von Digitalisierung gesprochen hat. Wir sind Schlusslicht in Europa, in so vielen Bereichen. Aber Spitzenreiter sind wir bei den Stromkosten. Sie wissen, wem wir auch das zu verdanken haben. So, meine Damen und Herren, der Frieden ist in Gefahr, unsere Freiheit ist in Gefahr. Die Wahrheit ist in Gefahr. Und mit den Nationalstaaten beerdigen wir unsere Grundrechte und Bürgerrechte. Ich will Ihnen zwei Dinge noch zeigen und dann zum Ende kommen. Aber das habe ich erst gar nicht für möglich gehalten. Als ich das mal las, und ich habe ja ganz viel gelesen. Ich habe ja jetzt nicht, ich habe das ja alles jetzt selbst, sondern ich habe ja hier was und da. Und ich habe dann immer gesagt, ich will das überprüfen. Ich habe mir dann die Sachen besorgt, die alten Bücher, die alten Tagebücher, einen Zeitungsartikel, wie Sie hier sehen. Und dann sehe ich das. Dann sehe ich diese Überschrift. Er wurde als Friedenstifter gefeiert. Wann? Das war im Juni 1913, anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums als Kaiser. Das ist ja unvorstellbar, oder? Stellen Sie sich mal vor, ein Geschichtslehrer würde in einer deutschen Klasse oder ein Geschichtsprofessor würde an einer deutschen Universität den deutschen Kaiser hochleben lassen als Friedensfürst in seiner Zeit. Was dann mit denen passiert? Aber ich habe ja den Beweis, es ist gesagt worden. Und das Interessante dabei ist, dass der Mann sogar noch von jemandem gelobt wurde, und zwar von einem Nicholas Murray Butler. Und er wurde 1931 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Meine Damen und Herren, damals konnte man den Friedensnobelpreis noch annehmen. Also mir wird ja eh nie angeboten, aber würde man ihn mir anbieten, würde ich ihn zurückweisen, weil er spätestens mit der Vergabe an Obama entehrt wurde. Der Mann, der Mann steht für Krieg. Der Mann steht für Krieg. Und das Interessante ist, dass dieser Butler, dieser Friedensnobelpreisträger des Jahres 1931, in der gleichen Ausgabe der New York Times, auch Seite 49, wenn sie das überprüfen wollen, Folgendes sagt, Auch das kann sich ein Deutscher, der die normale geschichtliche Ausbildung in deutschen Bildungsstätten erfahren hat, gar nicht vorstellen, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Das kann sich doch gar keiner vorstellen. Und der von mir zitierte Vernon Walters, dieser US-Botschafter ab 1989, der die Einheit so prophetisch voraussagte, der hat selbst gesagt, ich habe fünf Bücher vom Kaiser gelesen und die waren alle, würde ich ja niemals behaupten, sowas, die waren alle voller alliierter Propaganda, sagte der. Und in mir schrieb dann, sagt er, der Wunsch auf, ein Autogramm des Kaisers zu bekommen. Das war also noch in seinen sehr jungen Jahren. Und dann hat er den Kaiser angeschrieben, also der ja damals schon in Holland, da in seinem Exil lebte, und dann hat er ihn angeschrieben und dann hat er erfahren, dass der Kaiser nie Autogramm gelassen hat. Was hat er gemacht? Er hat dann also geschrieben davon, dass er fünf Bücher gelesen hat und alle voller alliierter Propaganda und ob der Kaiser, also der Kaiser ihm nicht mal ein Buch empfehlen könnte, was objektiver ist. Und so kam er dann an die Unterschrift des Kaisers. Er hat dann einen Monat später zwei Bücher geschickt bekommen, eines darunter verlinke ich, das können Sie auch lesen. Ich sage Ihnen an der Stelle zum Abschluss. Ich war sehr berührt, als ich las in den Dokumenten, in den deutschen Dokumenten, den Brief, den der deutsche Kaiser Wilhelm II. 1905 an seinen damaligen Reichskanzler schickte und in dem er berichtete davon, wie er den russischen Zaren dafür gewann, seine Unterschrift zu leisten, vorunter unter einem Defensivbündnisvertrag zwischen dem deutschen Reich und dem russischen Zarenreich. Und wenn Sie diesen Brief lesen, dann merken Sie die Ergriffenheit, weil der Kaiser damals wirklich glaubte, dass er damit dauerhaft für Frieden zwischen Deutschland und Russland sorgen könnte. Wie die Geschichte weiterging, haben wir heute mal angerissen. Ich glaube nicht, dass die Gefühle, die der Kaiser an diesem Brief seinem Reichskanzler offenbarte, gelogen waren. Wer sich mit den damaligen Versuchen des Kaisers, ein solches Defensivbündnis auf den Weg zu bringen, beschäftigt, der kann unmöglich, wenn er die Wahrheit liebt, zu einem anderen Ergebnis kommen. Und deshalb unterschreibe ich voll und ganz, dass aus meiner Sicht Wilhelm II. der Friedensfürst seiner Zeit war. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass ich mich damit angreifbar mache. Aber ich hoffe, dass die Wahrheit sich behandelt. Und ich glaube, dass wir unbedingt zu einer wahrhaftigen Aussöhnung von Juden, Russen und Deutschen kommen müssen. Sie müssen erkennen, dass sie die Opfer der gleichen Täter sind. Ich habe gestern noch einen Juden getroffen, der mir zugesagt hat, dass ich vor Juden sprechen darf. Ich möchte mit Ihnen diskutieren. Ich möchte Ihnen alles darlegen aus meinem Holocaust-Kapitel. Und weil ich gerne möchte, dass wir zusammenfinden. Schauen Sie, das, was bei uns geschieht in der Geschichtserzählung, findet spiegelbildlich bei denen statt. Und das kann verheerende Folgen haben. Ich will das hier und heute noch nicht weiter ausführen. Wenn wir uns für den Frieden einsetzen müssen, dann kann das nur geschehen nachhaltig auf der Basis der Wahrheit. Und deshalb müssen wir uns alle auf die Wahrheitssuche begeben. Und nochmals, ich bin nicht im Besitz der absoluten Wahrheit und auch dieses Buch ist nicht die absolute Wahrheit. Sondern es soll uns nur auf viele Dinge aufmerksam machen. Und ich will nochmal schließen. Wir brauchen eine Aufklärung 2.0 in Europa. Immanuel Kant, ich schließe mit den Worten, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich danke Ihnen herzlich und ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung.